Wir haben hier unseren Easy-Driver Infinity, unser neues Premium-Produkt. Rangierantrieb extra für eineachsige Caravan bis 2,5 Tonnen oder Tandem-Achse-Caravan bis sogar 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Der Easy-Driver Infinity zeichnet sich eben aus durch seine besonders hohe Leistung und durch das neuartige Tire-Free-Konzept. Das heißt, wir haben keine überstehenden Getriebebauteile mehr, die im Bereich der Reifeninnenkante stören können, sondern ein überstehendes Bauteil ist die Antriebsrolle und dadurch sind wir sehr flexibel und können die Antriebsrolle und den Antrieb frei am Reifen positionieren. Unser Bedienkonzept beinhaltet eine Funkfernbedienung mit einer ganz klaren und intuitiven Tastenbedienung. Alternativ dazu können wir den Antrieb auch über Smartphone oder Tablet steuern. Die entsprechende Vorbereitung ist schon im Antrieb integriert. Wenn ich rangieren möchte, schalte ich das Gerät einmal mit einem doppelten Tastendruck hier an der Fernbedienung ein. Die Fernbedienung macht einen kurzen Selbsttest. Dann habe ich die Möglichkeit, über diese unteren vier Tasten dieses An- und Abschwenken der Antriebsrollen zu steuern. Das heißt, ich drücke die beiden oberen Tasten, halte die Tasten gedrückt. Der Antrieb läuft dann gegen den Reifen und schaltet bei Erreichen des richtigen Anpressdrucks automatisch ab. Jetzt habe ich den Antrieb angeschwenkt. Das wird auch hier auf der Fernbedienung signalisiert. Und jetzt kann ich über die Tasten den Antrieb in Betrieb nehmen und kann damit rangieren. Kurvenfahrt, drehen auf der Stelle, kann also in jede Richtung fahren, die ich entsprechend haben möchte. Und das alles sehr präzise und genau. Wenn ich kurz drücke, fährt der Wagen quasi millimeterweise beispielsweise zum Ankuppeln an Zugfahrzeug. Ja, unsere Rangierentriebe werden ja immer mit einer Funkfernbedienung ausgestattet. Beim Easy Driver Infinity habe ich zusätzlich direkt die Möglichkeit, eine App-Steuerung zu installieren. Das heißt, ich kann unsere Easy Driver App herunterladen. Das ist kostenfrei. In der Easy Driver App habe ich die Funktion Rangieren. Und wenn ich im Vorfeld den Easy Driver in der App angelernt habe, habe ich die Möglichkeit, über die Easy Driver App den Caravan zu rangieren.